Ein erwachsener Mann spielt ein digitales Bauklitzenspiel für Kinder oder eben Erwachsene, die auf dem geistigen Niveau von Kindern hängen geblieben sind. Ich kann es mir nicht erklären, warum da so hart gegen die geschossen wurde, warum da so heftig beleidigt wurde. Knossi ist so etwas wie eine Mensch-gewordene ADHS-Erkrankung, die man fälscherweise versucht hat, mit einer Überlute Speed zu kurieren. Aaaaaaah, jo, Digga! Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Bevor das Video jetzt losgeht, wundert euch bitte nicht über diesen Clickbait-Thumbnail und alles weitere. Ich will hier ganz kurz mir nur ein Beispiel einer deutschen Presselandschaft nehmen. Das war natürlich jetzt hier ein unangebrachter Scherz. Das sind eigentlich immer meine Thumbnails in meinen Videos und die sehen immer so clickbaity aus. Ich muss ja auch von irgendwas leben. Weiterhin möchte ich ganz kurz anmerken, dass ich hier weder irgendwelche demokratischen Grundrechte, wie zum Beispiel die Presse oder die Meinungsfreiheit, angreifen oder tangieren möchte. Ich bin großer Unterstützer und Befürworter dieser Rechte. Wir können froh sein, dass wir diese Rechte in Deutschland haben, dass eine so große und umfassende Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland gilt und sich die Presse herausnehmen kann, zu schreiben, was auch immer sie möchte. Aber kommen wir doch erstmal zu dem, um was es hier geht. Vor ein paar Tagen war ich ja noch im Urlaub, meine Freunde. Ich war auf einem Roadtrip mit einem meiner besten Kollegen Tobi und mit meinem Hund Akane. Wir sind durch Schweden gefahren, hatten eine wunderbare Zeit. Ich komme in Hamburg an und Trimac zeigt mir diesen Artikel. Ihr seht gerade nur eine Headline. Ich habe den Rest geblurrt, weil ich ein bisschen Angst habe, dass das ganze Video aufgrund von Copyright-Takedowns irgendwie hier dann runtergenommen wird. Das möchte ich nicht. Deshalb werde ich auch immer nur den Artikel vorlesen und hier keine großartigen Einblendungen oder sowas haben. Es sei denn, es sind bestimmte Schlagwörter, die wir einzeln irgendwie verwenden können. Ich bin also in Hamburg und Trimac zeigt mir diesen Artikel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich erstmal geehrt gefühlt. Ich meine, Doppelseite in der Welt, das ist schon eine Sache, da kann man ein Stück weit stolz drauf sein. Ich meine, die ganze Doppelseite war nicht mir gewidmet, primär Kaif Laume, aber dazu kommen wir später. Trotzdem wurde ich also in diesem Artikel erwähnt und Max meinte, ja, aber der Dude, der den Artikel geschrieben hat, der scheint irgendwas gegen dich zu haben. Und ich war so, wait, what? Ich habe noch nie mit diesem Menschen Kontakt gehabt. Und dann habe ich mir den Artikel mal durchgelesen. Und dann ist mir klar geworden, Moment mal, da scheint wirklich jemand zu sitzen, der einen persönlichen Groll auf mich und Knossi hat. Max hat auch dieses wunderschöne Videos schon darüber gemacht. Ihr seht das hier, Zeitung beleitet Knossi und Revi extrem. Warum macht die Welt das? Das habe ich mich an der Stelle dann auch gefragt. Aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal Stück für Stück durch und schauen das Ganze mal ganz kurz an. Um was geht es hier überhaupt? Es geht um den zweiten Frühling des Kaif Laumes. Das seht ihr nochmal ganz kurz, das Anzeigebild. Es geht hier also um Kaif Laume. Es geht um den Kanal von Kaif Laume, um den Kanal Ehrenf Laume. Auf diesem Kanal geht es generell darum, dass Kaif Laume tatsächlich verschiedenste Influencer, Persönes des öffentlichen Lebens, Streamer, YouTuber, wen auch immer, irgendwie besucht. Ihr seht das hier. Ja, hier hat er auf jeden Fall auch mich besucht. Hier der Inscope besucht, hier der Dena besucht. Alles, eine ganz tolle Nummer. Die ganzen Videos muss ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Und er hat sogar netterweise hier das Video von Sturmwaffel in seinen Kanal mit eingebettet. Das ist ein absoluter Ehrenmove. Ich wusste gar nicht, dass das geht mit fremden Videos. Und um dieses Video geht es später übrigens auch nochmal. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Also Kaif Laume hat also quasi mich in Köln besucht, mit mir einen kleinen Tag verbracht, hat mich mit der Kamera ein bisschen begleitet. Wir waren morgens mit dem Hund draußen. Dann waren wir im Gym. Dann waren wir bei Sturmwaffel, haben da was gedreht. Dann waren wir kurz der Stadt was essen. Dann waren wir was shoppen. Dann haben wir abends bei mir noch ein Video gedreht, dann gestreamt. Das war mein Tag. Einfach ein ganz normaler Tag in meinem Leben. Darum geht es ja auch unter anderem in diesem Format. Generell ist dieser Artikel hier mit einer gewissen Negativfärbung getünscht. Also es gibt immer wieder mal kleine Fronts hier und da, kleinere Seitenhiebe und Angriffe von diesem Autor Dennis Sand. Bevor wir aber jetzt da reingehen, möchte ich nochmal ganz kurz klar und offen sagen, es gibt keinen Grund Dennis Sand persönlich auf Instagram, Twitter oder sonst was anzugreifen oder auch die Welt jetzt hier irgendwie zu diffamieren, runterzuschreiben oder irgendwie in den Kommentaren zuzuschicken. Das habe ich nämlich jetzt vermehrt auf Dennis Sand Instagram gesehen und auf seinem Twitter-Kanal. Da gab es eine Menge Gegenwind, der natürlich berechtigt war. Es ist aber immer noch ein Unterschied zwischen berechtigter Kritik und haltlosen Behauptungen und Angriffen, wie zum Beispiel hier in diesem Artikel. Deshalb lasst uns einfach ein Stück weit reifer sein und ja, als freundliche und nette Community auftreten. Und wenn ihr, wie gesagt, ein Problem mit der Berichterstattung und dem Artikel als solchen habt, könnt ihr das gerne in einer vernünftigen Kritik formulieren und diesen Leuten nahe bringen. Allerdings nicht mit irgendwelchen Beleidigen à la du, du hast dem die Ehre genommen, ich sch*** deine Mutter. Das brauchen wir an der Stelle in dieser Debatte hier nicht. Ja, ähm, das Experiment. Kai Pflaume hat jetzt einen YouTube-Kanal und auf seinem YouTube-Kanal filmt er sich, wie er Menschen trifft, die YouTube machen. Der Kanal nennt er Ehrenpflaume. Ausgerechnet Kai Pflaume, 53, das Gesicht. Ja, die Personifikation des deutschen Privatfernsehens. Lesen war nie meine Stärke, deshalb bin ich YouTuber geworden. Hier auf jeden Fall erstmal ein kleiner Zuspruch für Kai Pflaume, dass er so mutig ist, sich in das Internet wagt und hier tatsächlich mal komplett neues Territorium betrifft. Übrigens an der Stelle auch nochmal ein Big Shoutout und Dankeschön von mir an der Stelle. Kai Pflaume, ein sehr, sehr korrekter und cooler Typ, der sich hier wirklich komplett nochmal als neue Brand im Internet hier etabliert hat. Damals schon mit seinem Instagram-Account, jetzt noch mit diesem YouTube-Account. Absolute Ehrenpflaume, kann man nicht anders sagen. Wirklich ein cooler Typ, der sehr, sehr jung geblieben ist und es geschafft hat, hier nochmal komplett neues Territorium zu betreten. Gruß geht raus an dich. Gustav den Auge, du Ehrenbruder. Und vielen Dank für das Zusammenbringen der alten medialen Welt mit der Fernsehlandschaft und der neuen medialen Welt und uns dabei irgendwie zu helfen, dass wir hier Hand in Hand statt Faust gegen Faust arbeiten. Ja, gut, gehen wir also erstmal darüber hinweg. Nur die Liebe zählt und ein bisschen Glücksrat geschrieben. Kaufe ein V wie Verdacht auf Midlife-Crisis. Denn heute ist Kai Pflaume Mitte 50 und definiert sich nach ein paar Jahren Golden Henne. Moderation noch einmal komplett neu. Ja, hier nochmal ein kleiner Seitenhieb gegen Kai Pflaume, dem in der Midlife-Crisis unterstellt wird, weil er sich einfach auf einem neuen Medium etabliert. Ich glaube, Dennis Sand, du bist auch schon ein bisschen älter. Hast du dich auch einen Instagram-Account? Ist das eine Midlife-Crisis oder einfach nur das ganz normale Handeln auf einem öffentlichen Kanal? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht steckt da hinterher auch eine Midlife-Crisis, dass ich gerade dieses Video mache. Wer weiß das schon. Gut, gehen wir mal ganz kurz zu dem Part, der so ein bisschen diffamieren und beleidigen mir gegenüber ist. Da hat sich auch Trimax extrem aufgehangen. Ich kann es mir nicht erklären, warum da so hart gegen die geschossen wurde. Warum da so heftig beleidigt wurde. Und so steht er dann halt in einer Fernsehstudio-Küche und backt einen Pflaumenkuchen, nachdem er mit dem Gaming-Youtuber Revinzeit zuvor im Fitnessstudio war. Ein Blick in den Abgrund. Äh, 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 äh. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ein Blick in den Abgrund. Ähm, jetzt kommt nämlich der vermeintliche Abgrund, und zwar die ganze, die ganze Berichterstattung über mich, meinen Content, meine Community und das, was mich als Menschen nämlich ausmacht. Absolut gar nicht. Revinzeit hat 3,19 Millionen Abonnenten und seinen Erfolg hauptsächlich Let's Play-Videos über Minecraft zu verdanken. Das bedeutet, er, ein erwachsener Mann, spielt ein digitales Bauklitzenspiel für Kinder und Kinder oder eben Erwachsene, die auf dem geistigen Niveau von Kindern hängen geblieben sind. Schauen ihm dabei zu. Satzbau, absolut, absolut verwirrend, aber ich glaube, ihr wisst, worum es gehen soll. Dennis Sand möchte dir sagen, dass sämtliche Leute, die sich mein Content anschauen oder generell Minecraft-Videos produzieren oder im schlimmsten Fall sogar den Content schauen und konsumieren, ähm, alles Erwachsene sind, die auf dem geistigen Niveau von Kindern hängen geblieben sind, weil sie ja ein Spiel spielen für Kinder. An der Stelle, Dennis Sand, würde ich dich ganz kurz fragen, Hast du vielleicht in deinen jungen Jahren, ich meine, du bist jetzt auch schon ein bisschen älter, vielleicht damals auch Pac-Man gespielt? Ich glaube, das Spiel ist auch ein ursprüngliches Kinderspiel gewesen. Hast du vielleicht sogar schon mal Pokémon Go gespielt oder eventuell sogar ein anderes Spiel, was mit einem Rating von 6 belegt ist per FSK? Macht einen das automatisch zum Hängen gebliebenen oder zurückgebliebenen? Ich würde an der Stelle sagen, nein. Es ist aber schön, dass ihr hier die gesamte Zuschauerschaft, äh, über einen Kamm schert und sagt, dass ihr eine komplett verlorene Generation seid von Vollidioten, die in ihrem Leben nichts auf die Reihe bekommen, außer sich ein paar dumme Kinder-Videos im Internet anzuschauen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schön nice Verallgemeinerung. Das ist ja also der Abgrund, über den er hier berichtet. Ich als erwachsener Mann, ein digitales Bauklötzenspiel für Kinder, würde fast schon sagen, das ist ein großer Front an die gesamte Szene. Übrigens, vielleicht nochmal, um ganz kurz auszuholen, wer dieser Auto überhaupt ist. Dennis Sand ist eine Person, die tatsächlich zweifacher Spiegel-Bestseller-Auto ist. Das ist Marcel Scorpion und glaube ich, jeder YouTuber im Reichweite auch, aber Glückwunsch an der Stelle. Dennis Sand, also zweifacher Spiegel-Bestseller, hat unter anderem die, ähm, Autobiografie über Montana Black verfasst und auch die über San Diego, hat scheinbar nicht gereicht für eine Autobiografie zu seinem eigenen Leben. Würde ich jetzt sagen, wenn ich persönlich angegriffen bin, bin ich natürlich nicht, deshalb spare ich mir den Witz, ne? Also jemand, der auf jeden Fall hier, äh, definitiv im Bilde ist, was im Internet so passiert. Er kennt auf jeden Fall auch Montana Black, kennt die ganzen Charaktere hier und geht auch später nochmal so ein bisschen auf Knossi ein. Also er weiß auf jeden Fall, was hier so abgeht. Scheint nur da einen persönlichen Groll gegen mich zu haben. Jedenfalls, ähm, ja, behauptet er hier ganz eiskalt, dass ich als erwachsener Mann ein digitales Bauklitzenspiel spiele für Kinder. Das, ähm, ist dann an der Stelle auch ein leichter Front an Gronkh, Trimax, Basti, G, Nebelnik, Paluten, German Let's Play, unter anderem auch Montana Black, der, auch mal, ich drück immer den falschen Knopf, Rewi, wie hier zu sehen, auch schon mal mit mir zusammen Minecraft gespielt hat. Also ich glaube, da kann sich was niemand von freisprechen. Jeder hat dieses vermeintliche Kinderspiel schon mal gespielt und, ähm, ich glaube, es gibt sogar, eine Menge Leute, die sogar mit Erwachsenenjahren noch Lego spielen, unter anderem er hier, der Held der Steine. Also auch da jetzt vielleicht der Vergleich nicht ganz so angebracht. Gehen wir auf jeden Fall nochmal weiter. Äh, schauen ihn dabei zu. Alles sehr erfolgreich. Danke dafür, Bruder. Und jetzt zeigt der Pflaume seine Welt, die genauso aussieht, wie man sich die Welt von einem Minecraft-YouTuber vorstellt. Und der Vorschlag, mit Kai Pflaume einen Pflaumenkuchen zu backen, der kam natürlich nicht von Kai Pflaume, sondern von ihm. Von Rewi, wie ihn seine Kinderfans den Revinzeit in ihrer imaginären Verbundenheit nennen. Auch an der Stelle wieder sehr schlecht recherchiert, da hätte es einfach zwei Klicks gebraucht. Man hätte sehen können, dass dieses Pflaumenkuchenbacken mit Kai Pflaume bei Sturmwoffel auf dem Kanal stattgefunden hat. Ich bin kein Kochkanal, ich bin ja nur ein Minecraft-Kinderkanal. Dementsprechend da wieder von der Recherche ein bisschen reingeschissen. Aber ja, das ist jetzt gar nicht der schlimme Part. Mir geht es vielmehr um den nächsten Satz. Und zwar, wie ihn seine Kinderfans, also das seid alles ihr, ihr seid alles nur Kinderfans. Es gibt keinen, der, wie gesagt, das geistige Alter von zwölf jemals überschreiten wird in meiner Community. In ihrer imaginären Verbundenheit nennen. Ich habe, glaube ich, schon 200 Mal in irgendwelchen Videos betont, dass wir weder Freunde noch Homies noch Kollegen noch sonst was sind. Dass ich einfach nur ein Dude bin, der hier irgendeinen Müll rausrotzt für euch, ihr darüber lachen könnt und nicht. Imaginäre Verbundenheit, ja, keine Ahnung, Alter. Also ich habe euch noch nie irgendwie vorgespielt, euer Freund zu sein. Und ich hoffe auch, dass ihr das versteht, weil ich will auch gar nicht mit euch befreundet sein, weil ihr nämlich alles Kinder seid. Sagt Dennis Sand an der Stelle. Lustig soll das sein und man gewinnt schon erste Erkenntnisse aus diesem Format. Nämlich, dass der trockene bundesrepublikanische Schenkelklopferhumor im 21. Jahrhundert auch staubtrockener bundesrepublikanischer Schenkelklopferhumor bleibt, wenn man ihn in schnellen Schnitten und auf einem neuen Medium präsentiert. Es ist extrem pseudo eloquent hier geschrieben. Verstehe ich an der Stelle hier nicht, warum dieser unnötige Neologismus mit staubtrockenem bundesrepublikanischer Schenkelklopferhumor, wo der jetzt herkommt, klang wahrscheinlich einfach klug, weil sehr viele Buchstaben drin sind. Dennis hat an der Stelle aber leider nicht gezogen. Als der Kuchen fertig ist, fragt Revi, ob es für Kai cool wäre, wenn er noch einmal schnell bei *** reinjumpt, um sich eine Hose zu kaufen. Ist cool für den Kai und Revi kauft dann eine Hose. Danach fahren sie in sein Studio. Ende. Hier wurde auf jeden Fall auch nochmal netterweise außen vor gelassen, dass ich tatsächlich mit ihm gestreamt habe und sowas. Also, dass ich wirklich arbeite an diesem Tag. Hier wurde wirklich komplett außen vor gelassen. Es wirkt einfach nur so, als wäre ich ein irgendein dahergelaufener Vollidiot, der tatsächlich Kinder-Content für Kinder... Ja gut, an dem Punkt muss ich ihm dann leider doch recht geben. Äh, hier geht's dann nochmal, wie gesagt, um das, was quasi Kai Pflaume auf diesem Kanal macht. Der hat sich hier mit Gewitter im Kopf und so weiter getroffen. Man könnte das Reißband nicht besser zusammenstellen. Pflaume hat die gesamte Champions League bekommen. Gut, dass ich da dann an der Stelle netterweise Dennis auch zugehöre. Aber das Show must go on. Und der Kai natürlich auch. Weiter und immer weiter. Dahin, wo das Publikum heute nun mal ist. Und das ist heute bei Knossi. Knossi, bürgerlich Jens Knozala, ist der selbsternannte König des Internets. Den Titel hat er sich gegeben, weil er gerade sämtliche Zuschauerrekorde knackt. Knossi ist so etwas wie eine menschgewordene ADHS-Erkrankung, die man fälscherweise versucht hat, mit einer überlose Speed zu kurieren. Aaaaaaah, ja, oh, Digga. Ja, ähm, ich glaube sogar, dass das hier der viel, viel schlimmere Angriff ist. Also im oberigen Teil, der sich hauptsächlich mit meinem Content befasst und mit mir als Person, wurde ja größtenteils nur meine Community angegriffen. Hier wird jetzt Jens Knozala direkt angegriffen, als Mensch gewordene ADHS-Erkrankung. Jetzt hier eventuell psychische Erkrankungen wie eine ADHS-Erkrankung zu diffamieren und anzugreifen, ist nicht die feinde englische Art. Das sollte jemandem wie Dennis Sand, der ein Dossier oder hier einen eigenen Artikel in der Welt hat, auf jeden Fall auch bewusst sein. Ich habe selber eine diagnostizierte ADHS-Störung, also weiß ich nicht. Ich könnte mich jetzt unglaublich darüber aufregen, dass jetzt hier Leute irgendwelche psychischen Krankheiten versuchen zu diffamieren und schlecht zu reden. Aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Definitiv eine ziemlich pietätslose und herabwürdigende Bezeichnung, eine Mensch gewordene ADHS-Erkrankung. Ein Knozis-Stream ist das interaktive RTL2-Artenprogramm der Internet-Generation. Lauter, schneller, bunter. Knozis schreit und brüllt, er spielt Online-Casino-Spiele, springt auf seinen Stuhl, wenn er gewinnt, fällt von seinem Stuhl, wenn er verliert, packt Pakete von seinen Zuschauern aus. Und manchmal, da sind in den Paketen die Fäkalien der Zuschauer drin, was Knozis dann zu wirken bringt, was die Knozis-Fans wiederum feiern, weil es irgendwie lustig aussieht, wenn Knozis wirken muss. Ja, auch an der Stelle Knozis-Content einfach mal komplett runtergebrochen auf ein Ereignis in einem Stream. Knozis macht nur Online-Streams, hat niemals großartige Produktionen wie das Angelcamp aufgestellt, ist kein besonderer Entertainer oder sowas, sondern einfach nur irgendeinen Typ, der Scheiße auspackt und Casino-Streams macht. Knozis hat zwar keinerlei Schamengrenze, aber das Herz dann doch am rechten Fleck, außerdem ist er der geborene Entertainer. Okay, hier wird es nochmal ganz kurz richtig gestellt. Knozis ist Knozis und mit seiner Knozis-Show 24 Stunden auf Sendung, auch wenn da keine Kamera läuft, was eigentlich nie der Fall ist. Er schafft es sogar so unterhaltsam zu sein, während er mit Kai Flaumus zusammen den Pferdemist von seiner Pferdekoppel wegschaufelt. Ich hätte mich gefreut, wenn ich dann auch nochmal so eine kleine Abhandlung darüber bekommen habe, dass ich doch eigentlich ein ganz neuer Kerl bin, der vielleicht doch nicht so scheiße ist. Aber bei mir wurde einfach nur gesagt, dass ich ein scheiß Kerl bin, der Kinder-Content produziert. Also Leute, ich glaube, ich bin davon gar nicht persönlich so sehr angegriffen, auch wenn das jetzt vielleicht in dem Video so merkt. Ich finde es primär einfach nur witzig und frage mich an der Stelle, Dennis Sand, was habe ich dir getan, dass du so hart mit mir ins Gericht gehst? Vor allen Dingen, wenn es ja keine haltbaren Angriffspunkte gibt, glaube ich. Ich habe immer, abgesehen von dieser Ein-Madeira-Affäre, mich weitestgehend immer aus irgendwelchen Beefs und Skandalen raushalten können. Und bin auch ziemlich froh darüber, so ein bisschen off the radar gewesen zu sein. Aber gut, wenn Dennis Sand scheinbar hier eine Fede mit mir hat, die er persönlich hier über die Welt als Zeitung austragen möchte, kann ich damit auf jeden Fall leben. Wie gesagt, wir haben eine Meinungs- und Pressefreiheit, wenn das seine Art ist, mit solchen Dingen dann darüber zu berichten. Dann soll er das gerne tun. Ich war nur, wie gesagt, ein bisschen verwundert und habe mich einfach gefragt, warum und wieso diese Negativ-Färbung sein musste. Aber wie gesagt, viele würden da jetzt sicherlich sagen, hey, der ist nur neidig und scheiß drauf und es klingt so ein bisschen, als würde da ein bisschen Nichtsgönnerei und Neid mit klingen. Ich kann es auch nicht genau sagen, was ein Problem ist. Ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, dass ich es geschafft habe, an der Stelle hier eine komplette Doppelseite in der Welt im Gesellschaftsteil einzunehmen. Beziehungsweise einen so großen Paragraphen in einem Artikel geschrieben zu bekommen, warum ich so scheiße bin. Das muss man auch erstmal schaffen, ohne vorher überhaupt scheiße gebaut zu haben. Grüße geht raus an der Stelle an Dennis Sand und ich hoffe, dass da noch eine Autobiografie von Knossi kommt. Wobei ich fast schon glaube, dass du dir mit dem Artikel die Möglichkeit verspielt hast, da eine Biografie zu schreiben. Ich würde sagen, das war es von diesem wunderschönen Video. Ich wollte euch nur ganz kurz vorgetragen haben, dass solche Sachen immer wieder mal vorkommen. Es ist schade, dass hier wie gesagt so berichtet wird. Für mich auf jeden Fall kein Problem. Ich würde sagen, das war es von diesem wunderschönen Video. Ich verlinke euch den Artikel nochmal in der Beschreibung. Ansonsten nochmal das Video von Trimax, da liest ihr nämlich auch mal draus vor und natürlich den Kanal von Kai Pflaume. Und wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt, dann macht das bitte auf einer vernünftigen Ebene. Ich glaube, wir können da ein bisschen reifer ran die Sache rangehen als andere Personen. Und ich würde sagen, das war es an der Stelle. Hau da rein. Bis dann. Tschüss.